Und was weißt du, was da eben war für den Rang? Weiß nicht. Deine Mama. Deine Mama. Wie ist das eigentlich, Dominik? Kannst du auf der Playstation Minecraft spielen? Ja. Mit deinem Account? Ja. Also, okay, gut. Wenn wir fertig gefehlt haben, kannst du Minecraft noch spielen mit... Ja. Perfekt. Ja. Warte, du bist warte. Ja. Ja. Ach, Kanal, ey. Fakal. Martin, wo streamst du? Ich schreib ihm YouTube oder Twitch. Sag mal schnell. Martin. Hm? Wo streamst du? YouTube oder Twitch? Ich sag ihm was ihm. Ich schreib grad nen Link. Achso, Twitch. Ja. 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 Ja gut, alles ist egal, dann wird dich niemand finden. Kanal. Wir haben fettige und dann müssen wir Cahit bannen. Wir bannen einfach von diesen. Einfach aus Prinzip. Ja. 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 Er ist der wertvollste Spieler. Aber ist auch schon der beste Spieler der Welt. Ist auch schon der beste Spieler der Welt. Mbappé seht ihr heute bei DSG gegen San Diego. San Diego. Nee. Und mal um 20 Uhr live auf die Zone. Zone ist so ein Schmutz. Das allgemein. Schmutz, dass man jetzt Sky und das Zone haben muss um alles, Digga. Das ist so dumm. Echt? Ja. Du musst Sky und das Zone haben, um alle Spiele zu sehen. Ich guck mir einfach wie auf Hartz 4 Basis die Highlights einfach nur immer an. Ja, ich auch, Digga. Ich zahl doch kein Geld, dass ich... Also doch, für einen Dienst okay. Aber für zwei, Digga. Leck mich doch fett. Mhm. Was soll ich spielen? Hart. Maverick wäre ganz gut. Ja. Gut gemacht. Aber Toni, kannst du dann warten, bis er gesoftet hat? Und dann auf... Ja, eigentlich wollte ich einmal schnell Bridge pushen. Wir haben noch einen Sledge. Und ich habe Spielergranaten mit. Mach was du willst. Das hat noch nie funktioniert mit den Spielergranaten. Ich habe immer... Ich habe das selber nie geschafft. Und... Ja, weil ich... Weil ich den Timer geändert habe. Ich kann ihn jetzt wieder halbwegs. Die ändern bei jedem... Bei jedem Update immer leicht den Granatentimer. Aber ich nehme... Ich nehme an, die machen es gleich ab, wenn ich einfach einfach unfähig ist. Ein bisschen deswegen. Ich verstehe gar nicht, wie man so unfähig kodieren kann. Also ich war... Ich verstehe nicht krass viel von sowas. Aber ich kenne ungefähr den Grundaufbau von sowas. Da muss da wirklich irgendein Idiot sitzen, der... Irgendeine Variable ändert die... Mh... Mal gucken, ab die Spieler merken. Ne, ich glaube eher, dass die das... Dass die mit viel zu viel Variablen arbeiten, die teilweise viel zu viel Belegungen haben. Und die ändern eine Variable wie etwas, was auf einmal wo es anderes auch betrifft. Oh... Ich muss doch nicht mit... Die haben das Dach gerade vergessen. Ohne Weibwicken. Wird's noch? Äh, oben ist offen bei der... Wandelhof. Also während der rausfahren. Ja. Jetzt sehe ich. Gerade da oben. Wow. Gehen wir mal aufs Dach, wenn wir hier kämpfen. Ich weiß. Dann stehe ich in der Outset door. Hm... Ja warte... Ich muss weg Outset door? Ja warte, ich gehe von oben. Ich gehe von oben, aber... Och... Ach ne... Ist der Mate einfach auf Bridge reingepusht? Ne ne, der liegt hier draußen auf dem Dach. Ja. Die Locker hatten geholt. Ich höre ihn ab vom Windu... Ne, vom... Den, den du rausfamst. Ja. Ja. Ich muss mich stoppen, ja. 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 Ich habe eine kleine Outset-Kern gefangen. Die. Die haben einen E-Schen. Uh, ist das hier. Ja. Aufpassen war die E-Schen. Zwei Leute Green Stairs. Ist schon soft, Achtung. Dock war das Bridge eigentlich am Windu. Ja, nein. Nichts ist das jetzt nicht klar. Ah! Ok. Alles klar. Nö. Ah, ohnehin. Ja, ja, an der... Rechts nach dem Quadrat steht da. An der Rotation zur Server. Ja Anders zum Ketzen Der rotiert Der, äh Kurs Anders auf Fliegen Links vom Breach sitzt der Bandit Er ist links vom Breach Quadrat Ist tot, ist tot Ich trau ihn kurz Metzu und auch, ich guck den Metzu An, an der selber Tür Push, push, das ist bei A100 Bomben, äh Hinter am Windu, am 1. Windu, ist gepinkt Letzter Bridge, letzter Bridge, letzter Bridge Letzter Bridge, ja Hits, gut Hits Ist decked am, ist decked am Control, der ist relativ close Sonst 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 Im Planted Er ist Oh, was das war gejogbt Perfekt, muss ich ja auch was machen Ist echt ganz witzig, die Nes Ist, ist wieder am Control Desk Ja Deckung, in der Hocke, in der Hocke Push, Richtung Server, Server Push, Server Geht hier in der Wand, wollge reingehen Push, vor Sauber Mann, ich wollte ihn richtig witzig holen, aber das hat nicht funktioniert. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich wurde einfach deinstalliert, weil ich falsch rum gelehnt habe. Frag Martin, soll ich dir nochmal erklären, wie lehne funktioniert? Na, ich hab... Ich hab eigentlich richtig gelehnt auf den Gegnerfahrer und sagte, du wüsstest du nicht so einen random zu holen. Er hat eigentlich genauso falsch rum gelehnt, er hat mich erst gesehen, das ist unfair getragen. Nee, das kann ich Wendersoft lassen. Vorgehendes Match habe ich jetzt schon viel Kills gemacht. Uh, 5 MVP Martin. Hat er mehr Punkte wie du. Ja, mit zwei Kills und 5 Assisten. Ja, guck. Ja, weil du mit den Scheiß Leasen, den ich dreimal mit der Twitch angeschaut... Die sterben verletzt eigentlich nicht mehr durch Twitch. Thomas, seitdem er nur noch ein HP macht... Ah, ein HP macht auch so. Ja, schieß nur ein HP. Ja, wie viel HP hat ein verletzter? 20, oder? Nein, gar nix. Doch, 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 doch. Der Faktor reicht eine Flash-Bung aus, du musst 5 HP abziehen. Naja, reicht wohl anscheinend nicht, ne? Mach ja nicht. Du hast aber eben nur 3 Schuss, also schaffst du es ja nicht mehr. Aber ich wissen, worauf es liegt. Nee, das ist so los. Vielleicht musst du ja im Kopf schießen. Mit der Twitch-Drohne. Warte, ich mach den Hedge-Off. Ja, hartwütt schon mal, mach den Kappen. Mache ich. Warte, du wirst so weg, zu viel. Du musst, ja, du musst die Term-Hotzeit-Troll wünschen, ne? Ja, du musst die Term-Hotzeit-Troll wünschen, ne? Jetzt, jetzt. Perfekt. Ja, ich komm weg, ich komm weg. Ja, ich komm weg, ich komm weg. Nix. Oh, ey. Oh, ey. fief ist frei fußball ist frei radio ist auch frei funkraum ist frei die haben ein preplace c4 ist weg sie haben kein c4 man kann erkennen Martin also du kannst zumal sie brechen das ist ein toilet also tower wenn er maid muss die vertikale Wintre machen von hinten tot haube er ist tot diving am Schrank oben was unten bei denen hast du gesehen der Hedge ist ein guter der letzte war Divingzug glaube ich komplett note der hat die Leiter drunter gesprungen ich hab nicht mal den Plant durchziehen dürfen was 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 sind das für komische Gegner Junge wieso werde ich nicht so geboostet von euch ah ok Thomas du stehst nur 2 Martin wir boosten dich grad ja das mit davor ich sag's Thomas ist einfach nur du musst jetzt zurückschießen du hast vorhin unranking mich so hart geschossen hallo 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 ja da hast du genau äh ja du es auch Martin doch 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 ja am Ende aber der Punkt ist ich bin ein Chopper mach den scheiß Chopper auf der hat von hinten weg geholt das ist deine Aufgabe mich dort zu decken also ganz ehrlich Thomas ist irgendwie Toni war auch oben auf einmal war keiner mehr oben mit mir wir waren zu zweit allein ich hab er hat gedroht ich hab auch gedroht ich hab auch gedroht ich hab mir jetzt nur gedacht ja Thomas wird da hinbekommen was abzuheben hier hab ich auch gedacht ja hat er aber halt nicht wirst du so ich wusste eigentlich die ganze Zeit vertikal spielen aber der zuletzt hat er keine Lust vertikale Winkel zu machen mit seinem Hammer wir sind wieder oben wir sind wieder oben du mal ein paar auf Borma das ist immer ne gute Bebe ich hab die Tomate ich glaub ich speicher dich auch Tomate ab eigentlich Perfekt Red Tomate schön schön ne wir sind wir sind auf Martins Ganzen wo kann Fabio hier spielen er ist ja heute nicht ein Dingsbums oder ja anscheinend ist er dann halt irgendwann man kann auch die zuschauer sehen oder wenn ne 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 alles klar doch alles klar geilo ja was hat das so Junge! Ey, ich bin eigentlich so gepiekt, Digga. Holy shit. Deine Mama. Das war ein kleiner Bastard, der hat ihn geholt. Was stimmt überhaupt? Oh, warum? Jetzt schleifen wir jetzt noch. Holy shit. Und da? Grund, mal On-Spot. Ich glaube fast niemand ist On-Spot. Jäger, Mainstair ist oben. On-Spot. Tür ist noch zu. Okay, ich versuche jetzt hier zu stopfen, Digga. Oh, Digga. Ich höre ihn nicht pieken, unten. Reception. Ja. Ja. Ah, du warst hinten Tür, ja. Ich hätte ja jetzt endlich gedacht... Ja, ne, weil ich mir ja keine Claimers stelle, nix passiert. Hm. Ich musste hier auch noch die an der Tür drüben. Muss ich auch noch da drüben. Ja, aber... Digga. Ja, dieses Spiel ist so shit, ich hab's in der Killcam, in der Killcam schlägte die Barrikade aus, das macht keinen Sound, ich hab bei mir auch keinen Sound gemacht, er macht allgemein keinen Sound, der Hurensohn. Ja, ich sag mal so, das ist, der Name ist halt... Er hat, er hat zweimal den Barrikade aufgeschlagen und jedes Mal hat es keinen Sound gemacht. Einmal wurde ich deswegen fast gespawned, und einmal hat er mich geholt. Das ist so lächerlich. Ja, das Game ist halt manchmal ein bisschen Dockschick. Das ist ja einfach dumm. Ja, okay, eigentlich, ich glaub, es gibt keinen Tag, wo ich mich nicht über Rainbow aufrege. Junge, er kann einfach Barrikaden lautstür aufschlagen, das ist ja, wie unfair geht's noch? Ja, aber man muss auch sagen, du hättest, glaub ich, da eh nicht richtig reagieren können. Doch. Ja, natürlich, aber dann hätt ich's wenigstens gehört und hätt noch, zumindest hätt ich ihn anschägen können und hätt's sehen können. Aber ich hab's auch nicht gehört. Ich mein, nicht mit meinem Billig-Kopfhörn-Hör so was ähnlich. Nee, es hat auch keinen Sound gemacht, das hörst du in der Killcam, wenn er aufschlägt, das macht ja auch Sound in der Killcam, aber es hat auch keinen... Das ist auch, das gleich mit dem Sprinten, man mit Sprinten macht man keinen Sprint-Sound nicht. Ja, ja. Ist dann, ist auch ganz cool, dann läuft einfach der Typ neben dir und du hörst die nicht. Hm, das hat ja nicht, okay. So, ich dachte halt nicht, dass Mozzie halt den Bastard ist, wenn er 80 Mal rauskommt. Oh ja, er hat einfach an dieser Bridge, da kommt die Stubberwindow, die Spawnpick, das ist alles okay, das ist ein normales Spawnpick, aber er hat erst am Ende aufgeschlagen, aber ich hörst du nicht, weil ich so. Ich hab da ja, ich hab da ja so gesehen, als Dwarf, AKM, natürlich, wo er sicherlich dann gekickt ist, ist er weggelaufen, natürlich läuft er dann raus, Digga, eh. Ah, der Mozzie, der wollte übel, war übel-aggressiv. Hast du was schon gesagt? Ja, das ist ein Ds. Hm, ich hab keinen auf Bridge. Ich spiel auf Bridge. Okay. Ey, da geht gleich die Richtung, okay. Ich hab Bridge auch so halb. Server gedrohnt schon, glaub ich. Ja. Am Mainz da ist glaub ich auch gedrohnt. Ja. Das war frech. Warte, nur still. Ja, mein Tod. Warte, nur still. Nochmal. Ja, die machen gerade auch nur direkt. Er ist tot, aber er ist noch im Breach der rechte Seite. Hä? Mein Gott, oben. Oben auf dem Dach, okay. Inner Bridge. Inner Bridge. Inner Bridge, ja, ja. Soll ich versuchen, den Bridge zu flängen? Oder lieber nicht? Nein, 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 nein. Ah, der 2-Speed, okay. Okay. Jetzt hier vom Bridge getroppt. Okay. 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 Ich guck, ich guck. Die kommen ja links bei mir, wieso ich über die Kämpfe gehen? Ja, ne, ich weiß es ja nicht, deswegen frage ich ja. Kann man, kann man keine Kämpfe. Wirklich ist keiner. Ja, nicht beide von mir. Die blenden, die blenden, die blenden. Oh. 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 Oh, mein Gott. Ich mag ihn noch da, ein paar Punkte. Uff. Die sind grad irgendwie schon wieder übel, ohne Sound reingesprinte, glaub ich. Oder sie sind auf Bayern. Ja, ich hab's auch nicht gehört, wie's reingesprinte. Ich hab nur nen Blend dann gehört. Ich hab nicht mal das gehört. Ich auch nicht. Schatz, ich lieb dich wirklich sehr. Corona. Definitiv schon. Ja, glaub mir. Ja. Du, du. Einfach. Oh, aimbot, aimbot, aimbot. Ich pick hab gar nicht. Dicke rummer Wucht, ne. Ja, Mann. Es ist so schlimm, dieses Specialist. Ich versteh nicht, wo man den herbekommt. Den hat man mal irgendwie damals bekommen, im Credit Shop, aber... Ja, ihr denkt schon wieder, das der beste Spieler der Welt. Steht 2-3 und pickt der Junker, Dicke. So ein Bastard. Ich hatte den Teamcam, wenn wir gewinnen. Wahrscheinlich sterbte er eh schon davor. Sech. Was erstes. So, ihr Leute, fuck mich so ab, Dicke. Spiel doch einfach nur mal Rang zu Ende. Ich mach Hatches, Martin. Ich mach Hatches, oder? Ich mach... So Hatches machen? Ich mach Hatches. Ich sag doch nicht, ich mach Hatches und Martin, ich sag nicht, ich mach Hatches. Nein, ich mach Hatches. So, ich geh nachher runter. Und er hat, er hat, wenn sie einen Shackle haben, hat er so viele Fußporn, kann ich dich scannen. Ja, aber ich muss hier nach oben. Weil du machst oben Camps und dann machen wir wirklich viele Fußsporn. You know? Und ich muss oben Fallen anbringen. Auch noch. Ich muss oben der Camp platzieren. Genau. Ah, Fallen ist besser. Fallen töten Leute. Kann der Mama. Ja. C4s auch. Nee. Wenn du jetzt... Unser Shackle spawnt mit seinem Turret. Warte, warte. Wenn er gelaunt wird, werde ich den Teamchen. Unsere Ella ist gut. Ich weiß, was sie macht. Ich hab dann freibes Steffieren gehabt. Ich hab dann microphonesсаformen indent. Ich kann dir sagen. Funkraumwinde offen. Da steh ich grad. Uncoole Sache. Kann dir sagen, wenn du zu viel entkommst. Ich hab ne Cam. Diving-Window offen. Lockerwindow offen. Bin gedrohnt. Bin hart gedrohnt. Bin da war kaputt. Warum nicht? Diving door. Diving door. Out that door. Unten. Und für nлох. Wieso? Die dort. Und für mich. da ist breach ist ein hedge ja haben kreis oben aufgeschossen haben die dining stairs runter ja hat zeitdauer ja und wo wo hat zeitdauer ja zwei haushaltdauer einer oben auch drei ja die was zum turner gegen martin hättest du ihn nicht erholt ich hätte so einen nicen clip gehabt ja also wenn martin jetzt gleich dir ist dann ich weiß nicht wie viele punkte martin bekommt 40 30 mal gucken ne halt zu viel auf jeden fall du bist schon part in 1 ja 34 habe ich bekommen und ja das wird ein langes das wird halt nix heute nicht ja heute nicht ja heute nicht so ne vor allem jetzt digger jetzt es läuft üblich gut so wetten ich würde ein match auf main gehen im instant die du hast du bekommen ja thomas dann geh einfach nicht auf main dann mach ich auch nicht perfekt also dieser malak der ist doch echt irgendwie geistig komplett zurückgeblieben oder ich ja ä ja und das das